Grafik, Schluss. Zum Schluss, abschließend kann man sagen, dass wenn Rentner noch nichts in ihrer Freizeit geplant haben, würde ich Ihnen vorschlagen, je nachdem wie aktiv Sie sind, könnten Sie gelegentlich Reisen oder Ausflüge in der näheren Umgebung machen. Ein guter Sport für ältere Leute ist Yoga. Yoga hält die Muskeln flexibel, unterstützt die Atmung, stärkt den Körper und gleichzeitig entspannt es. Das wäre eine Möglichkeit, den Schluss in der C1-Prüfung zu schreiben. Ich hoffe, das Video hat Euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt ein Like und haltet es. Bis dann. Ciao. Vielen Dank.